Aus der LP-Kollektion zeige ich euch hier das Thermo Langarm Shirt. Die Optik ist sehr ansprechend und die technischen Features sind auch nicht von schlechten Eltern. In der Winterzeit kann das Shirt einzeln oder unter einer Laufjacke getragen werden. Das atmungsaktive Material leitet den Schweiß vom Körper weg und lässt sich trocken trainieren. Die Mesh-Einsätze und der Frontreißerschuss unterstützen die Belüftung. So hast du immer ein komfortables Körperklima. Die Tasche mit dem Reißverschluss gibt dir die Möglichkeit einen MP3-Player oder andere Laufutensilien sicher zu verstauen. Die verlängerten Ärmel mit Daumenschlaufen verhindern ein Verrutschen des Shirts und schützen zusätzlich deine Hände vor Kälte. Damit du in der dunkleren Jahreszeit besser gesehen wirst, hat das Shirt verschiedene Reflektoren. Das wärmende RP Thermo Lauf Shirt macht richtig Lust auf deine nächste Winterlaufeinheit. Du erhältst es in deiner Runners Point Filiale oder bestell es direkt hier bei uns im Online-Shop unter www.runnerspoint.com